Hey Leute, ich bin auch moralisch verkommen, aber nicht wegen meiner Anschluss zu den Russland-Sanktionen, wie er die da bohlen, sondern wegen dem anderen Zeugs. Ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede. Ja genau, so viel Punkrock und das ist alles so. Destroyer Putin. Ja genau, so viel Punkrock und das ist alles gut, aber ich kann nicht in einem Landita-Bowl, weil ich habe nichts für den.